Gehen wir mal rüber zum Schmied seiner Frau Gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber zum Schmied Der Schmied, der hat zwei Töchterlein, die möchten so gerne geheiratet sein Gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber zum Schmied Der Schmied, der hat ein Kanapé und wenn man sich draufsetzt, dann geht's in die Höhe Gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber zum Schmied Der Schmied, der hat einen runden Tisch und wenn man sich dran setzt, dann dreht er sich Gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber zum Schmied Der Schmied, der hat eine Sau geschlacht, hat Sägespeck in die Wurst gemacht Gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber, gehen wir mal rüber zum Schmied Mit seiner Frau macht man nur sacht, der ist deshalb achtet, gehen wir mal rüber zum Schmied